Sparte 1-2-3, ein Kooperationsprojekt der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises mit Workshop-Angeboten zur bildenden Kunst für Kinder und Jugendliche. 2020 war das gemeinsame Thema Junges Kunstlabor trifft Musik. Wegen der Pandemie konnte die Ausstellung nicht öffentlich gezeigt werden. Deshalb gibt es nun die Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen in diesem virtuellen Rundgang zu sehen. Viel Spaß dabei! Bei einem surrealistischen Rendezvous im Artmuseum Bahnhof Rolandseck aus Musik und Zeichnung entstand eine Installation aus schwarz-weißen Bildern und Tönen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die meisten von Universität von Bühne war die ZDF für funk, 2017 wie es sich in der Kürmoper angeht und geschämt hat. Schlauzei- operationalitis oder Kürmoper drauf. Verwachei- 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 verwendete. Tot der erste Teil von Bühne ist eine Leichtsellaose, Begeistert ließen wir uns auf das Experiment ein, mit Werkzeugengelänge zu produzieren. Mit den ersten vier Tönen der 5. Sinfonie holten wir Beethoven in unsere Zeit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Am Ende kommt viel mehr Rauch, als man denkt. Variation in Bild und Ton zum ersten Takt von Beethovens Monscheinsonate. Wie merkt es sich auf dem ersten Takt? Wie klingt er? 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 Musik beflügelte uns und regte die Sinne an. Wir hörten Farben und Musik wurde zu Bildern. Als transparentes Orchester fügten wir alles zusammen. Musik beflügelte uns. Musik beflügelte uns. Musik beflügelte uns. Stress. Was ist das überhaupt? Wie können wir damit umgehen? Mit Meditation, Musik, Malen und Gesprächen lernten wir unseren Stress zu bewältigen und uns auf Prüfungssituationen vorzubereiten. Musik beflügelte uns. Musik beflügelte uns. Musik beflügelte uns. Nach Beethovens Biografie und Musik sind Porträts entstanden. Einige Kinder haben Briefe an Beethoven geschrieben. Aus allen Arbeiten wurde gemeinsam ein Paravent gestaltet, sowie ein Buch. Hallo lieber Beethoven, ich finde deine Musik ganz cool und ich finde deine Gedanken gut. Alle werden Brüder. Lieber Ludwig, schade, dass wir uns nie gesehen haben. Das Lied Ode an die Freude, was du gemacht hast, ist so ein gutes Lied. Lieber Beethoven, ich wollte dir sagen, dass deine Musik zauberhaft ist. Schade, dass ich dich nicht kennengelernt habe. Wenn du ein Tier werden solltest, viel Spaß als Tier. Ich hoffe, dass du noch mit Tieren Freunde findest. Lieber Ludwig, schade, dass wir uns nicht kennenlernen konnten. Hier bei uns ist es eine blöde Zeit, weil ein schlimmer Virus gekommen ist. Und hier hat Rassismus angefangen. Deswegen sagen wir Nein zu Rassismus. 60 Kinder und Jugendliche fertigten mit unterschiedlichen Techniken 60 Trommeln in verschiedenen Größen an. Zu sehen sind alle Arbeitsstadien. 2. 1. 2. 5. 6. 6. 8. 10. 10. 10. 10. 11. Das war's. Inspiriert von Ludwig van Beethoven, seiner Musik, seinem Leben und seinem Geburtshaus in Bonn kreierten wir einen eigenen Stop-Motion-Film. Zu Beethoven Sinfonie Nummer 9 schufen wir mit viel Freude und Farbe einen überdimensional großen Kulturbeutel und einen Mini-Loop. An Beispielen aus der Weltarchitektur beschäftigten wir uns mit Konzertsälen und Freilichtbühnen. Nach eigenen Ideen entwarfen, zeichneten und bauten wir schließlich selbst Modelle. Musik 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 Wir erforschten, was Musik und Architektur gemeinsam haben. Und so brachten wir reale Bonner Gebäude mit Musikinstrumenten in Verbindung. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Vom Spinett bis zum Saxophon lernten wir Instrumente kennen und bauten eigene aus Pappe. Zum Abschluss gab es ein Konzert im Museumshof. Das Arrangement war ein Gemeinschaftswerk. Jedes Kind durfte einmal dirigieren. Das Arrangement war ein Konzert im Museumshof. Wenn wir leise sind und aufmerksam lauschen, können wir sie hören. Sie zirpen, rascheln, knarzen. Wir haben zunächst Instrumente mit passendem Klang gebaut und dann die Sänger dazu. さて, wie viel es ist oder immer wieder am lieblichen Ausbildung aussagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Aus der Musik bildet eine Ausstellung des Komponisten Modest Mussorski inspirierte das Motiv des Gnomes unsere muntere Gruppe besonders. Ein Orchester, Masken, Bewegung, Augen, eine Landschaft, Bilder, Objekte und ein Film entstanden. In verschiedenen Gruppen gingen wir auf Entdeckungsreise in neue Farb, Klang, Licht und Hörwelten und führten die entstandenen Werke zu einem gemeinsamen Erlebnisraum zusammen. Schnipp, schnapp, click, click, sik, schnapp, kleo, schnapp, schnapp, plo, schnapp, klick, sik, schnapp, loop, Schnipsack Bla Schnipsack Flah bein Schnipsack Flah bein Blub Schnipsack Flah bein Ding Knipsack Flah bein Snipsack, songs Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Besonderer Dank gilt im LVR-Landschaftsverband Rheinland, der Sparkasse Köln-Bonn und der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Seekreis für Ihre Unterstützung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020